Wasser ist die kostbarste Ressource unseres Planeten. Eine Ressource, die mit dem Klimawandel knapper wird. Umso wichtiger ist es, jeden Tropfen Trinkwasser optimal zu nutzen. Zum Beispiel durch die Digitalisierung der Wasserindustrie. Die Leibnitzer Feldwasserversorgung GmbH versorgt 80.000 Menschen in der Süd- und Südoststeiermark jährlich mit 3,3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser und setzt dabei seit kurzem auf Siemens Technologie. Damit Trinkwasser rund um die Uhr verfügbar ist, braucht es ein intelligentes Verteilsystem und vor allem zuverlässige Kommunikation. Bis vor kurzem wurden die Betriebsdaten unserer geografisch weit verteilten Brunnen, Drucksteuerungsanlagen und Hochbehälter bei analogen Funk in die zentrale Leitwarte kommuniziert. Da die analoge Technologie mittlerweile ausläuft, mussten wir ein neues System finden. Um eine nachhaltige Lösung zu finden, die auch gleich die Anlagenbedienung und Steuerung mit einbezieht, wurde das Grazer Ingenieurbüro Meteor engagiert. Unser Kunde war sehr interessiert daran, eine zukunftsträchtige und nachhaltige Lösung umzusetzen. Wir als Unternehmen setzen seit Jahrzehnten Siemens Produkte ein und schätzen deren Preis-Leistungs-Verhältnis und deren Performance. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang und der Programmierung von Siemens Produkten sehr vertraut sind. Die Siemens Fernwerktechnik überträgt aktuelle Betriebsdaten wie Druck, Durchflussmengen, Zählerstände oder auch Störungsdaten und steuert auch die Anlagen der Außenstationen. Alles von der zentralen Leitwarte aus. Die einzelnen Anlagen können bei Bedarf auch untereinander kommunizieren, um Wasserengpässe oder Störfälle auszugleichen. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt und ist von öffentlichen Netzen unabhängig. Wir haben uns bei diesem Projekt wegen der kompakten Bauform für die SIEM 1500 SP entschieden. Zusätzlich verwenden wir unseren neuen Kommunikationsprozessor, weil dieser alle gängigen Fernwegprotokolle unterstützt. Der große Vorteil bei diesem System ist, dass man für die Fernwerkerkommunikation absolut nichts programmieren muss. Es müssen hier nur Verbindungen und Datenpunkte konfiguriert werden. Mit unseren lang bewährten Produkten und zukunftsweisenden Gesamtkonzepten gehen wir immer auf die individuellen Anforderungen und Wünsche unserer Kunden ein. Unser durchgängiges Portfolio bietet langlebige und wartungsarme Komponenten in allen Bereichen der Frischwasserverteilung und Wasseraufbereitung. Dabei unterstützen wir Betreiber, Gemeinden und Integratoren über den ganzen Lebenszyklus im Weg. So können Wasserversorgungssysteme optimal genutzt werden.